noch eine zecke über ich jetzt kommen ja wieder die ist ganz böse und deswegen wollen wir dich jetzt mit ganz vielen zicken babys auf töten ist ja sehr sehr tragisch ist einfach die ganzen mamis kaputte mache vorleben 1 2 und 3 kommt ja gewinne 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 kommen ja eigentlich nicht automatisch das kann wir machen sind feige oder was da oben noch was mal gucken ob ich da mal was machen kann das ziemlich hoch das sieht nach nichts aus alles klar dann kommen wir weiter durch das nächste türchen bin ich denn jetzt achte ich wieder ganz am anfang stimmt ich erinnere mich auch schon so eine zecke naja da war doch was ihr wollt ja nicht dass ich hier durchkommen alter alt weil die mich verarschen ich bin krieg ich kann nicht auf der treffe kämpfen so zecke nur du und ich und da da liegt darunter gefallen oder was sie wo sie jetzt ja mit rennen hallo okay okay so so alter alter puh ne 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 erst jetzt komm komm und wieder ran bang wieso gefinished aber dich zack das war die letzte yeah und immer noch nicht das leben das ist auch wieder schön das hätte jetzt schatzsucher es hat ich habe jetzt alle tun oder was beseitigt was bist du denn what the fuck bist du die große mama zecke ich glaube schon richtig wir nehmen das das sieht so aus als ob ich moment hier wechseln muss ok ich hatte nochmal ach so so komm doch nicht ok dann haben wir es so oder wie kann ich hinten was machen ne wow aua ja sie aber das ist so aus ob sie überhaupt gar keinen Schaden habe ich drüben muss ich die hinten kaputt hauen hey aua alter so kann ich die doch nie abschießen geht ja gar nicht das hört sich echt gesund an kann aber auch nicht sein wir sollen ja auch wieder Schaden machen wahrscheinlich gar nicht und wer war das denn jetzt leuch ich glaube ich hab die Schaden gemacht achso nur wenn die einsaugt Aua. Okay. Ähm... So. Jetzt. So nicht? Ha. So. Scheiße. Oh Mann, ich weiß noch nicht, wie ich die kaputt kriege. Kack hier ist... Hm. Also irgendwie ist es auf jeden Fall dieses Eis oder dieses Kristall, den ich kaputt schlagen muss. Ich muss irgendwie erst... Dann frisst der das. Ich muss erst mal den Tremor anspielen oder auch mal. Aha. Also doch. Oh. Oh wow. Das war nicht gut. Bumm. Hä? Aha. Der Arsch ist jetzt frei. Das sieht doch gut aus. Da kommt noch was. Da kommt noch angerannt. Da kommt. Da kommt. Und... Bumm. Daneben. Jetzt saugst du dich voll. Ja. Aha. Bumm. In den Arsch. Drei Sprünge kannst du jetzt. Kannst du jetzt. Das kannst du wahrscheinlich zweimal anlaufen oder was. Äh... Zick. Daneben. Oh lolol. Da muss der auch nochmal. Wow. Schön frech hier. Nein. So. Um die Ecke. Und dick damage. Oh. Ins Arschloch rein. Jawohl. Mh. Aui. Aui. Alter. Alter. Okay. Da muss ich mal kurz was ändern. Fällt mir mal gerade so ein. Sorry. Deswegen. Dass es auch jetzt erst so spät kommt. Ich mach das Video mal eindeutig lauter. Die, 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 die. Ach, das war noch gar nicht der Boss. Ist hier noch was? Nein. Reiter. Ja. Was willst du von mir? Du Nervensäge. Mhm. Das ist ja spannend. Ich bin hier wieder im Abwasserkanal. Was ist das? Die kenn ich doch. Oder? Oh. Erstmal volles Leben. Ist hier sonst nix? Nichts, wo ich da hochklettern kann? Ne. Das ist doch jetzt eh ne Falle, oder nicht? Hallo. Loy. Was war das denn? Oh. Ah lol. Du kannst ja nix. Du warst ja schlecht. Komische Spinne. Äh. Schlange. Pff. Guckt ihr noch was? Ja sicher. Wie? Komm her. Komm her. Hehehe. Komm her. Erstmal zur Schlange. Wow. Okay. Komm du her. Boom. 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 Nein. Ich wollte die Schlange treffen. Ach so, der kann so eine Attacke machen. Sehr fließt. Sehr fließt. Das kann ich nicht holen. Weg mit dir. Weg mit dir. Finishing. yo. Dododododododo. DoDoedidididodoublekill. Triple kill. Oh. Schade, mehr sind hier nicht. Doch, da kommen noch mehr. Yeee. Dachte schon, die wollen ja nicht langweilen. Boom. Hä, kommen wir jetzt hier nur wie Kleinficker, oder was? Ja, sehr spannend. Eine Zeitvertreibung, oder was? Durch das Spiel die Länge ziehen, ja? Ja, das können wir gerne. Bum, bum, bum. Schruptiwupp. Oh, oh. Uh. Jetzt wird es langsam in Distanz. Ich glaube, es ist Zeit, LBRT zu holen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nur noch die Toren. Weil wir können gar nichts. Irgendwie stärker in Erinnerung. Egal, das war es trotzdem. Dann ist ja alles gut. Hier soll irgendwo eine Truhe sein über mir. Soll. Mach mal. Einfach so. Was ist das denn? Kriegspracht. Mach den Benutzer zu einem Meister im Umgang mit Waffen. Damit er erhöht sich Kriegskönnen im Kampf. Aha. Aha. Amal nice. Amal fett. Wups. Das war knapp. Hui. 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 Yay. Wir können nicht entgegenfliegen. Hui. Amal fett. der links lang nein da wollen wir gar nicht lang da lang das hat ja aber funktioniert egal das hält einen krieg nicht auf das war auch blöd gemacht echt blöd so neuer raum neues glück und haben wir hier zacki 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 und zacki da seid ihr auch böse auf mich ja natürlich seid ihr böse auf mich dann kommt der ich brauche ich brauche ein bisschen leben dann gehen sie weg sind meine mami ist rot und meine riesenmami auch schon wieder und wollen die denn von mir da habe ich den den getan an scheiße som ist Auch Erstmal den finischen Na, das tut weh, ne? Ja, ja, das tut auch weh Los, da an Egal, erst mal den Was war das denn? Ach, die Engel Na komm Leute, wieso kann ich ihn jetzt nicht finischen? Was, ich hole euch vom Himmel Ey, ich will ihn mal finischen Und dann darf ich sie nicht Das ist ganz schön frech Ich bin verarscht und so Bam Komm Hey, 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 hey Komm Geil, Luft gekillt, Junge Jetzt sollt ihr erstmal gucken, was da noch so kommt Oh ja, zum Beispiel er hier Ne, 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 da lass mich gar nicht drauf ein In die Dicken Der war scheiße Wieso kommt der da noch so viel? Hm Ich weiß nicht, wie mir das gefällt Ah doch, sehr gut Sehr gut Komm Hammer, nice Oh, hammer, nice Alter, wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt bin ich da natürlich mega durcheinander Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich überhaupt mal war Moment, jetzt bin ich hier an der Chronosphäre Aha Aha, 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 aha Aha Ich glaube hier lang Oder? Ja, das sieht gut aus Jetzt könnte ich natürlich Eben noch darüber Ich will wissen, was da hinten ist Hier geht es wahrscheinlich zum Boss, vermute ich jetzt mal Okay, mal gucken, wie ich das schnell schaffe Hm Ah, ne, jetzt gehen die mir nicht alle auf den Sack hier, oder? Boah, da kann ich doch irgendwie schnell überspringen Wir fliehen vor dem Bösen, 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 Bösen Zecken Ui Und da Ja, bla 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 Nee, da du ich Das sind noch drei versteckte Dinger Nice Also wo laufe ich den jetzt lang In dem Moment ist so richtig Hier lang, hier lang Genau Jetzt kann ich da lang Oh shit Au Ja, gib mir nicht auf den Sack Ihr Kackviecher So ruhig den Kammerjäger Genau da wollte ich lang Äh, nicht da auch Wollte kommen wahrscheinlich nicht, oder? Höh, äh, äh, oh, Entschuldigung Uah Oh, na, na Juh So, ich will wissen, was hier ist So, weh, ist jetzt nix geiles Was haben wir denn hier Kommen ich schon da jetzt lang Was muss ich mit dem anderen sagen? Häh? Was sind das hier? Hammer Hammer Ich glaube, ich soll mich so hochziehen Komm Aha Juhu Was haben wir denn da geiles? Eine große Lebensessenz Wow Das ist ja Hammer Mess hier nicht? Warum Kann mir Was will er denn da anvisieren? Da hängt er jetzt n Ich weiß nicht, wo er hin soll Da gucke ich dir jetzt bestimmt nicht rüber, oder? Aber warum ist denn hier sowas? Zumindest angezeigt Jetzt ist mir hier rüber Moment, hier war doch mal Moment, ich bin hier mal lange laufen Stimmt Mal gucken, ob ich darüber komme Aha Leute Alter, du bekommst Jetzt möchte ich ein ganzes Stück wieder zurück, oder wie? Jetzt frage ich mich gerade, wie ich da durchkomme Hierdurch Hoffen wir mal Jetzt wieder runter Nee, Moment Ich musste doch durch das große Loch fallen Um darüber zu kommen Shit Alter, das habe ich jetzt alles für so eine Kacklebensessenz, oder was? Oh, super Jui, Jui, Jui Weil wenn die mir nicht irgendwann mal das Leben rettet Dann wäre ich auch nicht mehr Nee, doch darüber Leute Oh, das war knapp So Ui Ui Big Mama haben wir schon geplättet Äh, schafft er Jawohl Dann nochmal hierdurch die Begebenheiten durch Ach, ja Mein Gott, da versucht man schon mal was herauszufinden Wird mit einer Lebensessenz belohnt Mh, ja Hammer nice Nicht Ui so durch und durch 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 genau hier lang dann sind wir jetzt endlich da fast aber was jetzt kann das level auch in und auswendig und jetzt geht es ja nicht weiter hier was das mich durch jetzt im bau der mami der riesen riesen mami noch eine größere zeck als gerade ich habe er geschwommen da war knapp sie ließ höhle muss hinter dieser klebrigen barrikade sein bringen wir das zu endlich nichts neues der rückweg wahrscheinlich mama guck mal was die spinnenchefin hier so alles kann schöne höhle ja auch mal dass das video jetzt lauter ist du ehrst mich also mit einer gegenwart reiter es gibt so viele geschichten über dich du hast drei der auserwählten getötet ihre herzen genommen beunruhigend deshalb gekommen um die letzte turmwächterin zu erschlagen um mein herz zu holen hat samael dir erzählt warum wir sein schmutziges blut in uns haben warum diese verfluchte macht in unseren herzen schlägt es ist nicht der turm den die auserwählten beschützen reiter unsere aufgabe ist es samael zurückkehr um jeden preis zu verhindern du kannst mich töten und mit meinem herzen zusammen zurückkehren aber er ist eine viel größere bedrohung als alle auserwählten zusammen shut up ich bin nicht gekommen um einen rat zu hören spinne oder deine geschichten meine kinder werden zur musik deiner schreie tanzen jay dance 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 na komm sie liebter ok das funktioniert ja schon mal super kannst du nicht entkommen ne unsere umarmen die kann sich teleportieren ja sag mal was du musst einen weg finden dich hier zu nähern nähere dich nicht es wird bald zu ende sein wuuh alter wieso kann ich denn nicht ja ich denke ich würde mich boah lehre dich nicht es wird bald zu ende sein so jetzt anziehen und sich verpissen ne ok das geht ja mal ich sag immer dasselbe aha was kommt denn jetzt ich glaube es geht voran alter diese teleportation geht ja übelst ab aua na komm ui ne 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 blup daneben halt still kleiner nix aufs maul oder was blöde spiel ne oh loll oh das war knapp eieiei alter die geht jetzt voll ab gut dass es diese l2 taste gibt wehre dich nicht es wird zu ende sein nein 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 sei dir da mal nicht so sicher was kommt denn jetzt neu was tut sie da na